Musik Ich gehe gerne hier zur Villa Webersbusch, weil ich mit meinen Freunden zusammenleben kann und mir der moderne Unterricht sehr gut gefällt. Musik Die Villa Webersbusch wurde 2012 gegründet. Sie ist Internat mit angeschlossener Tagesschule. Unsere Schüler und Schülerinnen werden von uns auf die Fachoberschulreife und das Abitur vorbereitet. Unsere Schüler schätzen vor allem das offene Umfeld und die individuelle Betreuung. Wir unterrichten hier in kleinen Klassen mit durchschnittlich 16 Schülerinnen und Schülern und gehen so auf die individuellen Bedürfnisse unserer Schüler ein. Neben der Vorbereitung auf die klassischen Schulabschlüsse legen wir großen Wert auf die Fähigkeiten Kollaboration, kritisches Denken, Kommunikation und Kreativität. Um dies zu erreichen, setzen wir neueste digitale Medien ein, mit denen die Schüler modern und zukunftsorientiert unterrichtet werden. Der Fokus liegt hier im projektorientierten Unterricht, welchen die Schüler eigenständig und innovativ mitgestalten können. Unser Tag ist in vier Blöcke a 90 Minuten aufgeteilt, wobei der letzte Block ein individuelles Förder- und Förderprogramm für unsere Schüler ist. Hier werden in Kleinstgruppen Leistungen verbessert oder in Clubs Stärken entdeckt und gefördert. Mittlerweile bieten wir über 50 Clubs aus den Bereichen Sport, Kreatives, Technik und Soziales. Zum einen ist das Umfeld hier besonders gut zwischen Lehrern und Schülern. Zum anderen gibt es für mich aber auch keine Ausfallstunden. Um viertel vor vier endet in der Villa Webersburg die Unterrichtszeit. Und dann hat es ungefähr die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nicht weit ins eigenes für Mainz Internat. Wir bieten unseren Internatsschülern komfortable Einzel- und Doppelzimmer. Alle Zimmer sind mit eigenem Badezimmer ausgestattet und bieten einen Rückzugsort zum Entspannen. Zusätzlich gibt es zwei Wohngruppen für Oberstufenschüler direkt am Schulgelände. Alle Pädagogen des Internats stehen den Kindern bei der weiteren Tagesplanung in familiärer Atmosphäre zur Seite. Sie werden unterstützt und motiviert, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und eine Balance zwischen Bewegung und Entspannung und manchmal auch zusätzlichen Lerneinheiten zu finden. Außerdem werden die vielfältigsten Freizeitangebote ermöglicht. Ob Fußball, Paddeln, Reiten, Schwimmen, Kickboxen oder Fitnesstraining, sowie Ausschlüge zum Eisessen, Bohlen, Kinoabende, Konzertbesuche oder Trambolinspringen. Das Freizeitprogramm bietet eine Menge Abwechslung. Der Abend endet für die Jüngsten mit einer Gute-Nacht-Geschichte am Bett, manchmal auch mit einer Kissenschlacht. Das Internat ist ein zweites Zuhause und wir begleiten unsere Schüler mit Herz und Verstand durch ihre Schulzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017